hallo willkommen es ist wieder freitag es ist die bärshow von der 56 heute habe ich ein bisschen zeit drum deswegen werden die bärshows heute die montagssendung nicht lang deswegen wird auch diese nicht sondern ich habe halt wenig zeit im augenblick es wird wieder anders das ist versprochen ja ich würde mal so sagen mit dieser ankündigung kann man leben und das war es einfach bis montag